Also, auf Flugstuhl geht sie aus. Hallo zusammen. Was ist denn? Gut. Hallo. Eine Schippkante sehe ich hier. Schaut nach wie viel Lauda aus. Aha. Händel. Ja. Lauda. Nicht Lauda. Nein. 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 Natürlich. Ist das Niki Lauda? Ich weiß es nicht. Der Gute. Vor kurzem. Mein Chef. Ihr Chef hat das? Sie sind Flugpilot? Nein. Aber? Gruppusfahrer und Flugzeugtechniker. Ah. Mit zwei Jahren haben Sie das bekommen? Es war 1989. Was soll ich an denken von Niki Lauda? Ah. Kultlegend. Vom Lines. Österreich. Verbindet vieles. Für den Lauda-Fan. Ein sehr, sehr schönes Stück. Schildkappe. 31 Jahre. Sie sind recht oft getragen, glaube ich. Das kommt von mir nicht behaupten. Nein. Also, ich bin begeistert und so etwas könnte man auch in eine Auktion nehmen. Ich fange jetzt mit 100 Euro an. 1,50. 1,70. 200. 2,20. 40. 50. 60. Da haben wir eine Lawine losgetreten. Da hat der Niki Lauda fehlt. Je mehr kommt, desto länger kann ich fliegen. Nein. Also, die Kappe ohne die Unterschrift hat einen Wert von 3,30, schätze ich. 3,30 Euro. Nein. Wo stehen wir jetzt? Ich glaube bei 2,60 von mir. Das ist nicht schlecht. Oder? Ich muss das auch nicht unbedingt weiterverkaufen. Es spricht mich selber auch an. Es ist lauter. Und ich glaube, ich schenke es meinem Vater. Ein alter Lauda und Formel 1. Wenn du es kriegst, oder? Wenn ich es bekomme. Wenn ich es bekomme. Was ist mit der Dame? Es ist dann gar nichts. Sie hängt da emotional nicht dran. Nein. Ich habe ihm schon gefragt, ob er es wirklich verkaufen will. Ja. Eben. Chef und sein bester Chef. Das glaube ich. Und da haben sie ja etwas vom Niki. Das finde ich ja gut. Richtig. Er würde das wollen wahrscheinlich. Das stimmt, ja. 2,60 sage ich noch. Aha. 300. Tja, jetzt halte ich die Luft auf. Ich gehe da nicht mehr drüber. Ich gehe nicht mehr drüber, wenn ich es für den Papa kaufe. Und so. Und so. Dann soll es nach Vorarlberg. Genau. Verkaufen Sie es für 300 Euro. Ok. Ja, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Gebe ich Ihnen das Geld. Und ich schenke es meinem Vater. Komm her. Ich freue mich zu wohnen. Und 300 Euro für Sie und ich da. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Jetzt setzen Sie es einmal auf für uns. Ich möchte sehen, wie Sie das passen. Hübsch. Super. 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 Wahnsinn. Also perfekte Größe. Das ist extrem gut. Freut mich. Gratulation. Danke. Ja. Es ist das passiert, was ich meine für das Wunschel habe. Und das, wie gesagt, das hat gut angefangen und hat es immer wieder aufgeschraubt. Also ich habe mir ein ziemliches Herz klopfen gekriegt. Bis Sie sich dann angefangen haben zum gegenseitig überbitten. Das ist was ich. Das ist was ich. Das ist was ich.